So sieht das also aus, wenn man Fortnite startet. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass irgendwas kommt. Ohne Quatsch, was sagt ihr zu dem Scan? Ich finde ihn irgendwie ganz komisch. Tränen bis zum Mond. So soll er heißen? Ne, Aktienkort am kurzem. Ah ja, neue Skin. Das war's. Mehr gab es heute nicht dazu. Wie gesagt, ich kam gerade erst heim, Fortnite gestartet. Ich habe schon gesehen, kamen neue Aufgaben. Ich werde mich natürlich gleich direkt heransetzen. Erstmal danke an alle, die Support da gelassen haben bei dem Emote. Wie gesagt, generell, wenn ihr wirklich kostenlos supporten wollt, lasst einfach die Playlist laufen mit den Emotes. Wirklich, damit unterstützt ihr mich derzeit wirklich am allermeisten. Einfach die Playlist durchlaufen lassen. Jeder Aufruf, jede Werbung, alles hilft. Und dann würde ich sagen, setze ich mich jetzt ganz entspannt an die Aufgaben, würde ich sagen. Denn wir haben einiges zu tun. Ich werde natürlich jede Aufgabe für euch machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das erstmal mit dem kleinen Info-Video. Wie gesagt, der Skin kam jetzt neu in den Shop rein. Ist ja, ja, sag ich mal ganz ehrlich, sieht halt aus wie so ein kleiner Dummy. Aber, ja, über Geschmäcker lassen sich streiten. Also in dem Sinne, euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei den Aufgaben. Ich setze mich jetzt dran, fange direkt für euch an. Und in dem Sinne, haut rein.